Ja, sich weniger aufregen soll helfen. Kann man ja auch sich schön von denen hier abgucken. Die sind auch total gechillt, obwohl sie knietief in der Matsche stehen. Ja, das mögen auch nur die Rinder hier bei diesen Temperaturen. Fotografiert in der Nähe der Emscher von Rolf-Peter Polus aus Recklinghausen. Wir sagen danke und gucken schnell...